Sauerteig ist ein Teig zur Herstellung von Backwaren, der meist dauerhaft durch Milchsäurebakterien und Hefen in Gärung gehalten wird. Das dabei produzierte Kohlenstoffdioxid lockert den Teig auf. Die typischen Arten von Milchsäurebakterien sind Lactobacillus plantarum und Lactobacillus brevis. Ein typischer Hefestamm im Sauerteig ist Saccharomyces cerevisiae. Sauerteig wird als Triebmittel zur Lockerung von Backwerk zugefügt und macht Rogenteige backfähig. Sauerteige verbessern Verdaulichkeit, Aroma, Geschmack, Haltbarkeit und Schnitt der Backwaren. Ebenso werden ernährungsphysiologische Eigenschaften verbessert. Allgemeines Sauerteige enthalten eine Lebensgemeinschaft von Milchsäurebakterien und Hefepilzen, die der Mensch seit mehreren tausend Jahren für die Herstellung von Getreidefladen, Brot und proteinlichen Nahrungsmitteln benutzt. Die Stoffwechselprodukte dieser Mikroorganismen lockern den Teig und verbessern die Verdaulichkeit, das Aroma, den Geschmack und die Haltbarkeit der Backwaren. Eine besondere Bedeutung hat Sauerteig bei der Verwendung von Roggenmehl. Während für Weizenmehl auch reine Hefe als Triebmittel verwendet werden kann, ist bei der Verwendung von Roggenmehl die Zuführung von Säure erforderlich, damit das Brot nicht flach bleibt. Die Milchsäurebakterien des Sauerteigs produzieren diese in Form von Milchsäure und Essigsäure. Während in der Vergangenheit Verfahren und Methoden zur preiswerten und effizienten Brotbereitung gesucht wurden, stehen heute die geschmacklichen und ernährungsphysiologischen Eigenschaften von Sauerteig geführten Backwaren im Vordergrund. Gerade Vollkornprodukte erhalten durch Sauerteig ein verbessertes Mundgefühl und einen besseren Geschmack. Wobei nährwertbestimmende Substanzen erhalten bleiben, Geschichte. Plinius der Ältere beschrieb um 79 nach Christus die Gewinnung von Sauerteig durch die Vermischung von Weizenkleie mit drei Tage altem Traubenmost. Auch Verfahren der Spontansäuerung und die Weiterführung von Sauerteigen waren ihm bekannt. Im Mittelalter geriet das vielfältige Wissen um Ackerbau und Brotbereitung allerdings wieder in Vergessenheit. Lediglich an den Höfen und in Klöstern wurde dieses Wissen noch gepflegt. In Deutschland lieferten im 15. und 16. Jahrhundert die Brauer und Schnapsbrenner den Bäckern die erste Hefe. In Frankreich war diese Technik lange umstritten, da die Bevölkerung eine Gesundheitsgefährdung durch dieses neue Lebensmittel fürchtete. Erst 1670 wurde die Verwendung von Bierhefe erlaubt, wobei sie vorher mit Sauerteig vermischt werden musste. In Europa wurden die ersten Hefezüchtungen um 1700 bekannt. Ende des 18. Jahrhunderts hatte sich die fabrikmäßige Produktion von Hefe etabliert. Auftrieb brachten der Entwicklung der Bäckerhefe die Kühlmaschinen des Gall von Linde. Die Brauer stiegen nach 1877 von obergärigem zu untergärigem Bier um. Dies war nur durch Kühlung möglich, wobei aber keine brauchbare Hefe für die Bäckereien mehr anfiel. Zwangsweise wurde damit die Entwicklung spezieller Backhefen gefördert. Die Hefen der Brauer und Brenner waren von schlechter Qualität. Der Stammsach Aromüz S.R.Vizier wurde gezielt selektiert und produziert, damit dieser Hefe hervorragende Backergebnisse erzielt wurden. Roggensauer wurde um 1900 erstmals durch Zitronensäure ersetzt. Die Backergebnisse waren allerdings nicht optimal. Um 1920 empfahl man beim Roggentek zur Vereinfachung der Brotbereitung den Zusatz von Säuren, was nach heutigem Erkenntnisstand auch sinnvoll war. Denn damalige Mähle verfügten über einen hohen Enzymgehalt. Parallel dazu entwickelte man Sauerteig-Statterkulturen und bot sie als Reihenzuchtsauer an. 1930 gelangten die ersten Fertigsauer auf den Markt. Sie bestanden aus Quellmehl und Gärungsmilchsäure. Ebenfalls um 1930 wurde getrockneter Sauerteig angeboten, der allerdings verfahrensbedingt nur einen geringen Säureanteil hatte. 1970 wurde der Trockensauer als Sauerteig-Extrakt-Droggen auf den Markt gebracht. Danach blieb die Entwicklung nicht stehen. Unzählige Verfahren und Backmittel wurden entwickelt und laufend verbessert, um die bestehenden Sauerteig-Verfahren zu optimieren und zu vereinfachen Arten des Sauerteigs. In der Regel wird Sauerteig aus Brotgetreidemehl hergestellt. Es kann jedoch entweder teilweise oder ganz durch andere Getreidemahlerzeugnisse oder mehl-ähnliche Erzeugnisse ersetzt werden. Sehr weit verbreitet sind in Afrika Tefbrot in Äthiopien und zum Beispiel Lachsuk in Somalia. Weizensauer Weizensauer ist ein Teig aus Weizenmehl, Wasser, Hefen und oft einem geringen Anteil von Milchsäurebakterien. Einige traditionelle Gebäcke mit Weizensauerteig sind Zierbatter, Panettone oder der Hermann-Teig. Roggensauer Roggensauer ist ein Gemisch aus Roggenmehl, Wasser und Milchsäurebakterien und meistens Hefen. Nicht alle Roggensauerteige enthalten ausreichend Hefen für die Lockerung. Deswegen werden oft Sauerteighäfen zugesetzt. Haltbare Produkte Krümelsauer mit viel Mehl zu trockenen Krümeln verarbeiteter Sauerteig wird als Krümelsauer bezeichnet und dient der Aufbewahrung. Trockensauer Dazu gehören auch Sauerteigkonzentrate. Solche Konzentrate werden häufig unter der Bezeichnung Backferment vertrieben. Sie werden hergestellt, indem ein Sauerteig aus Weizenmehl, gelber Saat, Erbse und Honig schonend getrocknet wird. Diese Sauerteigform eignet sich gut für Privathaushalte, da keine aufwendige Sauerteigführung notwendig ist. Der Teig aber nach Wasserzugabe geöraktiv ist und Hefen und Milchsäurebakterien enthält und zur Herstellung von Brot aus Brotgetreidesorten und nicht Brotgetreidesorten geeignet ist. Punkt Wirkungen des Sauerteigs Geschmack- und Aromasauerteigbrote enthalten viele Geruchs- und Geschmacksstoffe. Es sind über 300 Aromastoffe bekannt, wobei aber nur wenige Aroma- und geschmacksbestimmend sind. Viele der beteiligten Substanzen sind bereits im Mehl vorhanden, ergeben aber einen schwachen Aroma-Eindruck. Durch Gärung und Bildung von Estern im Sauerteig werden diese Aromastoffe kräftig ausgebildet. Tragende Aroma-Verbindungen wie Methylbutanol und Diazethyl nehmen in der Konzentration zu. Aber es werden auch unerwünschte Aromen reduziert, so wird zum Beispiel der grasige Aromastoff Hexanal im Sauerteig abgebaut. Volumen, Textur und Porung durch Sauerteig wird das spezifische Volumen erhöht. Die Porung der Krume ist feiner. Daneben zeichnet eine höhere Feuchte und Elastizität eine Sauerteigführung aus, wodurch das Gebäckschnitt fester wird. Beim Verzehr ist das Mundgefühl angenehmer, da alle Fraktionen des Mehles besser aufgeschlossen werden. Ein Effekt, der besonders bei Vollkornprodukten wirkt. Roggenbrote können durch die Absenkung des pH-Wertes besser gekaut werden. Beim Kauen haftet die ungesäuerte Krume an den Zähnen. Bewirkt ein unangenehmes Mundgefühl mit fallendem pH-Wert nimmt die Elastizität der Krume zu. Verarbeitungseigenschaften Weizenteige aus Sauerteig, besonders Vollkornweizenteige, binden Feuchtigkeit und gewährleisten durch gute Quellung eine bessere und leichtere Verarbeitung. Dies wohl auch, weil die Löslichkeit der Pentosane zunimmt. Die Kleberentwicklung wird verbessert, wobei der Teig den Feger wird. Im Gegensatz zu Weizenteigen bedürfen Roggenteige der Säure, um backfähig zu sein. In Roggenteigen verhindert der im Vergleich zu Weizenmehlteigen höhere Anteil an wasserbindenden Pentosanen die Ausbildung eines Klebergerüsts, dessen Aufgabe die Krumenbildung während des Backprozesses ist. Stattdessen lagern aufgequollene Pentosane und Roggenstärke sich zusammen und bilden nach dem Vergleichs dann die stabile Krume. Ohne Säure würde die Stärke von den mehleigenen Amylasen abgebaut, könnte nicht mehr verkleistern und das Brot bliebe flach und wäre ungenießbar. Die Säuren des Sauerteigs bewirken bei einem pH-Wert von 4,1 die weitgehende Einstellung der Enzymaktivitäten und damit den Abbau von Stärke. Punkt. Frischhaltung Das Altbackenwerden ist komplex und noch nicht vollständig erforscht. Das Brot verliert Aroma und Mundgefühl, es wird härter und spröder, die Stärke gibt Feuchtigkeit ab und geht in einen kristallinen Zustand über. Die Feuchtigkeit wandert von der Krume zur Kruste, wo sie austritt. Bisher ist nur sicher, dass die Bildung von Exopolisacchariden, die bei der Sauerteigfermentation durch Milchsäurebakterien entstehen, darauf wesentlichen Einfluss hat. Lagerfähigkeit Sauerteig geführte Brote schimmeln langsamer als nicht gesäuerte oder chemisch gesäuerte Brote. Ursachen und Wirkung sind vielfältig. Gesäuerte Brote sind weniger anfällig gegen Schimmel. Bewirkt wird die verminderte Anfälligkeit gegenüber verderbt durch die Absenkung des pH-Wertes und die Bildung von Kapronsäure oder Fennelmilchsäuren. Während der Säuerung entstehen außerdem antimikrobielle Stoffwechselprodukte, die gemeinsam mit dem Absenken des pH-Wertes wirken. Undissoziierte Säuren durchdringen den Zellkern und zerstören die lebensnotwendige Transmembran. Es werden auch Diacetyl, Acetaldehyd oder Wasserstoffperoxid gebildet, die ebenfalls antimikrobil wirken. Aber Geruch und Geschmack des Produktes beeinflussen Fadenziehen. In den letzten Jahren ist die alte, fast vergessene Brotkrankheit des Fadenziehens wieder häufiger anzutreffen. Sie tritt nur bei Weizenbroten auf und wird durch die Zugabe von Sauerteig verhindert. Punkt. Gewinnung Sauerteig durch spontane Säuerung Dieses Verfahren ist recht alt und sicher. Es wird auch heute noch angewendet, um die Grundlage für Sauerteig zu ziehen. Milchsäurebakterien kommen überall vor. Sie sind im Mehl, in der Luft und im Wasser zu finden. Daher kann ein Sauerteig dadurch hergestellt werden, dass man je die gleiche Menge Mehl und Wasser miteinander vermengt und zugedeckt bei Zimmertemperatur ca. 2 Tage stehen lässt. Riecht der Teig dann angenehm säuerlich, oftmals mit einer Fruchtnote, kann man davon ausgehen, dass sich die Milchsäurebakterien durchgesetzt haben. Riecht der Ansatz jedoch nach faulen Eiern, so muss man davon ausgehen, dass sich Fäulnisbakterien durchgesetzt haben. Das Ergebnis ist jedoch stark vom Zustand der Rohstoffe abhängig. Wesentlich beeinflussen die Lagerung der Rohstoffe sowie der Befall von Schädlingen die Anzahl und Arten der Mikroorganismen. Damit sich eine bestimmte Art von Bakterien oder Hefen sicher entwickeln kann, müssen genügend Keime dieser Art vorhanden sein. Erfolg und Qualität hängen stark vom Zufall ab. Es ist ein Verdrängungswettbewerb, der darüber entscheidet, welche Kulturen sich entwickeln. Biologie und Chemie des Sauerteigs Sauerteig ist eine stabile symbiotische Kultur von Milchsäurebakterien und Hefen in einem Teig von Mehl und Wasser. Milchsäurebakterien verwandeln Zucker, die die Hefen nicht abbauen können. Und auf der anderen Seite verstoffwechseln Hefenprodukte der Milchsäurefermentation. Generell kann man sagen, dass die Hefen das Gas produzieren, das den Teig aufgehen lässt und die Milchsäurebakterien produzieren Milchsäure. Die für den säuerlichen Geschmack und die Enzymhemmung verantwortlich ist, Milchsäurebakterien arbeiten an Aerob D. H. Sie können sich bei Abwesenheit von Sauerstoff vermehren. Hammes und Vogel haben 1995 drei unterschiedliche Stoffwechselgruppen von Milchsäurebakterien unterschieden. Obligat homofermentative Milchsäurebakterien Sie bauen Hexussen über den Emden-Meyer-Hof-Zyklus zu zwei Molekülen Milchsäure ab. Sie bilden aber kein Kohlendioxid. Sie vertragen keinen Sauerstoff. Lactobacillus, Delbrücki und L-Azidophilus sind typische Vertreter. Fakultativ-Heterofermentative Milchsäurebakterien Sie verstoffwechseln Hexussen zu Milchsäure und Pentosen zu Milch- und Essigsäure. Sie vertragen und verwenden Sauerstoff. Beispiele sind Lactobacillus, K. und L. Plantarum. Obligat heterofermentative Milchsäurebakterien Sie bauen Hexussen über den Emden-Meyer-Hof-Zyklus zu Milchsäure, Essigsäure und CO2 ab. Pentosen bauen sie zu Milchsäure und Essigsäure ab. Typische Vertreter sind Lactobacillus, Fermentum, L. Brevis, L. Kefiri und L. Sanfranciscensis. Die häufig, fälschlicherweise, vertretene Meinung, die gebildete Essigsäure stamme von einer Essiggärung, stimmt nicht. Punkt. Die Milchsäurebakterien zersetzen einen Teil der Zuckerstoffe im Mehl zu Milchsäure, zu Essigsäure und einen geringen Anteil Kohlendioxid. Die Hefen bilden Kohlendioxid sowie kleine Mengen Alkohol. Der Alkohol wird von den Essigsäurebakterien in Essigsäure umgewandelt. Durch verschiedene Bedingungen kann Einfluss auf die Anteile der einzelnen Gärungsprodukte und somit auf Eigenschaften und Geschmack des Sauerteigs genommen werden. Durch Temperatursteuerung kann erreicht werden, dass im Teig mehr Essigsäure gebildet wird, also das Brot saurer schmeckt. Milchsäure ist geschmacklich milder, soll also mehr Milchsäure gebildet werden, so muss der Teig bei ca. 30 Grad Celsius geführt werden. Im fertigen Sauerteig herrschen pH-Werte zwischen 3,8 und 4. 3. Der bei der Gärung gebildete Alkohol verbindet sich zum Teil mit Säuren im Teig zu Estern, die zu Geruch und Geschmack des Gebäcks beitragen. Ein anderer Teil wird zu Essigsäure umgewandelt. Das Verhältnis von Milchsäure zu Essigsäure im Teig sollte zwischen 3 zu 1 bis 4 zu 1 liegen. Wird das Verhältnis in Richtung Essigsäure verschoben, so wird der Geschmack meist als zu sauer empfunden. 4. Starterkulturen Starterkulturen sind die Grundlage eines standardisierten Sauerteigs. In der Produktion wird ein Mehl-Wasser-Gemisch gezielt mit bestimmten Kulturen geimpft, woraus sich ein Sauerteig entwickelt. Auch hier wird ein Rest an Stellgut für den nächsten Sauerteig aufgehoben. In bestimmten Zeitabständen wird der Sauer oft vollkommen neu mit Reinzuchtsauer angesetzt, wobei andere Produzenten wiederum auf eigene, bewährte, jahrelang stabile Kulturen setzen. Einteilung der Starterkulturen für Standard-Sauerteige Starter für Reinzuchtsauerteig Starter für Silo-Sauerteig Starter zur Vorratshaltung Tiefgefrier-tauglich Starter für die Brotfermentation Starter für Anfressauer Kulturen durchgesetzt hat sich der Stamm Lactobacillus Sanfranciscensis, der heterofermentativ ist. Neben Essigsäure werden Milchsäure, Ethanol und Kohlendioxid gebildet. Dabei entstehen auch Peptide, Aminosäuren und Zucker, welche Grundstoffe für die spätere Aromabildung im Brot sind. Seit vielen Jahren wird Candida humilis als Sauerteighefe eingesetzt. Punkt Starterkulturen werden für folgende Getreidearten angeboten. Roggensauerteig Weizensauerteig Roggen- und Weizensauerteig Dinkelsauerteig Reichstatter Backvermente für Roggen, Weizen und andere Getreidearten Ohne Bedeutung ist die Art des Getreides für die Entwicklung der gewünschten Mikroorganismen. Wichtiger ist die Versorgung mit den notwendigen Nährstoffen, wobei dunkle Mille deutlich besser abschneiden. Die Randschichten der Roggen- und Weizenkörner enthalten Phytinsäure, welche die Entwicklung des jungen Getreidekorns fördert und vor Fressfeinden schützt. Dunkle Mille enthalten viel Phytinsäure, während der Anteil zu hellen Mehlern abnimmt und bei Auszugsmehl unbedeutend ist. Phytinsäure gilt als antinutritiv, sie bindet Mineralstoffe durch Eiweißkomplexe, wodurch die Resorption im Darm erschwert oder vermindert wird. Grundsätzlich ist Phytin im Brot für den menschlichen Organismus unbedeutend. Da es thermisch nicht stabil ist, jedoch bleiben darin Mineralien gebunden. Im Sauerteig durch den niedrigen pH-Wert bauen Getreideeigene Enzyme Phytat ab. Sauerteig-Führungen Hauptartikel Sauerteig-Führung als Führung bezeichnet man die Herstellung eines Sauerteiges über ein oder mehrere Stufen unterschiedlicher Temperatur. Wobei versucht wird, ein dem gewünschten Produkt entsprechendes Verhältnis der Mikroorganismen zu erreichen, Anstellgut vom reifen Sauerteig. Wird ein reifer Sauerteig nicht vollständig verbraucht, kann der Rest als Anstellgut erneuert werden. Dazu werden Mehl und Wasser zugegeben. Da unter Umständen die Säurebildung nicht mehr zufriedenstellend ist, können sich unerwünschte Mikroorganismen im Teig vermehren. Mögliche Folgen Sauerteig-Stich Bitterer Brot Geschmack Feuchte Unelastische Krume Porung Ungleichmäßig Um dies zu vermeiden, sollte regelmäßig ein Reinzuchtsauer als Ansatz verwendet werden. Sauerteig-Fehler und ihre Ursachen Durch Fehler bei der Sauerteigmenge und Reife kann es zu typischen Brotfehlern kommen. Allgemeine Verkehrsauffassung von Sauerteig Mit der Bezeichnung Sauerteig verbindet der Verbraucher ein Produkt mit hoher Qualität und natürlichem Ursprung. Verschiedene Länder haben daher Richtlinien und Produktbeschreibungen zum Schutz des Verbrauchers erlassen. Deutschland Im Deutschen Lebensmittelbuch werden Leitsätze über die geltende Verkehrsauffassung für viele Lebensmittel beschrieben. Diese Leitsätze wurden von Verbrauchern, Wissenschaftlern, Wirtschaft, Lebensmittelüberwachung und Behörden erarbeitet und fortgeführt. Leitsätze sind aber keine Rechtssätze. Man könnte sie als vorweggenommenes Sachverständigengutachten bezeichnen. Produkte können von diesen Leitsätzen abweichen und bei entsprechender Kennzeichnung in Verkehr gebracht werden. Definition von 2006 1,11 Sauerteig ist ein Teig, dessen Mikroorganismen aus Sauerteig oder Sauerteigstatern sich in aktivem Zustand befinden oder reaktivierbar sind. Sie sind nach Zugabe von Getreideerzeugnissen und Wasser zur fortlaufenden Säurebildung befähigt. Teile eines Sauerteiges werden als Anstellgut für neue Sauerteige verwendet. Die Lebenstätigkeit der Mikroorganismen wird erst durch Backen oder Heißextrudieren beendet. Die Säurezunahme des Sauerteigs beruht ausschließlich auf dessen Gärungen. Anführungszeichen Punkt In den Leitsätzen wird auch Sauerteigbrot definiert. 3,1 Sauerteigbrot wird so hergestellt, dass die gesamte zugesetzte Säuremenge aus Sauerteig stammt. Auf Nummer 1,11 wird verwiesen. Hinweise auf die Mitverwendung von Sauerteig sind nur üblich, wenn die zugesetzte Säuremenge zu mehr als zwei Dritteln aus Sauerteig stammt. Bei Bauern Landbrot mit einem Roggenanteil über 20% stammt die zugesetzte Säuremenge zu mindestens zwei Dritteln aus Sauerteig. Anführungszeichen Punkt Österreich Den Leitsätzen des Deutschen Lebensmittelbuches entspricht in Österreich der Codex Alimentarius Austriacus. Auszüge B9 Backhefe Sauerteig Backpulver Triebmittel für besondere Zwecke ABS 5 Sauerteig ist aus Mehl oder Schrot mit Wasser bereit, Äther in Saurer Gärung befindlicher Teig. Die Gärung und Säuerung kann entweder spontan erfolgen oder durch Zusatz einer über eine Reinzucht herbeigeführte Mischkultur von Sauerteighäfen und Säurebildner hervorgerufen. Nach der Art der Entstehung unterscheidet man daher Natursauer und Reinzuchtsauer. ABS 7 Sauerteig, der durch den Parallelvorgang der Spontangärung und Spontansäuerung von sich aus entstanden ist, wird Natursauer genannt. Im Natursauer müssen die erwünschten Herführungsmaßnahmen, die ihre Entwicklung fördern, vermehrt werden, wodurch gleichzeitig die Zunahme der unerwünschten Mikroorganismen gehemmt wird. In Österreich wird also Natursauer recht indefiniert. Seine Verwendung wird bei der Herstellung von Land- und Bauernbrot gefordert. Schweiz im Kap 16 des Schweizerischen Lebensmittelbuches wird Sauerteig definiert. Sauerteig ist ein durch spontane oder durch Starterkulturen gezielt gelenkte Gärung über mehrere Stufen herangeführter Teig aus Roggen oder Weizenmehl mit einer aktiven, triebfähigen Mikroflora. Der pH-Wert eines ausgereiften Sauerteiges liegt je nach Art und Ausmalungsgrad im Bereich von 3,2-4,5. Der Säuregrad zwischen 10 und 30. Der Saueranteil beträgt je nach Brottyp und gewünschter Geschmacksnote 15 bis 50%. Frankreich Am 13. September 1993 trat das Dekret No. 93-1074 zum Schutz der Brotsorten Pain-Maison, Pain-de-Tradition-Françaises und Pain-Aulevain in Kraft. Auszüge Art 3 Brot, das unter der Bezeichnung Pain-Aulevain in Verkehr gebracht wird, muss mit einem Sauerteig entsprechend Art 4 hergestellt worden sein und höchstens einen pH-Wert von 4,3 sowie mehr als 900 ppm Essigsäure aufweisen. Art 4 Sauerteig ist ein Teig zusammengesetzt aus Weizen- oder Roggenmehl, Trinkwasser und eventuell Salz, der einer natürlichen säurebildenden Fermentation unterliegt und dessen Funktion es ist, den Teig aufgehen zu lassen. Sauerteig enthält hauptsächlich aus Milchsäurebakterien bestehende säuernde Mikroflora oder Hefen. Der Zusatz von Backhefe, die zur Verwendung im Brotteig bestimmt ist, ist mit 0,2% erlaubt. Der Sauerteig kann auch getrocknet sein, sofern er eine Milliarde Bakterien und 10 Millionen Hefen enthält. Nach Zugabe von Wasser und eventuell Zusatz von Backhefe muss er gemäß obigen Bedingungen ausreichend Teigtrieb erbringen. Dem Sauerteig können auch genehmigte Mikroorganismenarten zugesetzt werden. Punkt Kulturelle Verbreitung Christentumpraxis In der religiösen Praxis des Christentums spielt Sauerteig keine bedeutende Rolle. Die Hostien für die Eucharistie werden in der westlichen Kirche zwar seit dem 11. Jahrhundert aus ungesäuertem Weizenteig hergestellt, aber diese Tradition hat keine religiöse Verbindlichkeit. In den Ostkirchen, die Armenier seit Alters ausgenommen, wird stets gesäuertes Brot verwendet. Symbolgehalt Sauerteig hat in den Schriften des Neuen Testaments eine andere Bedeutung als im Judentum. Der Sauerteig ist Sinnbild einer Dynamik, deren Qualität jeweils von der des Impulses bestimmt wird. Das bedeutendste positive Bild ist das Gleichnis vom Sauerteig, in dem das Reich Gottes als ein Geschehen beschrieben wird. Das wie ein Sauerteig stetig und unaufhaltsam Veränderungen schafft, auch wenn der Anfang klein erscheint. Als negativ gewertetes Beispiel gilt die Dynamik, die von den Pharisäern, Sadduzäern und von Herotz ausgeht. In 1 Gor 5,6 FF EU schreibt Paulus, dass die Gläubigen sich von den abgelegten Lehren und Lebensweisen reinigen sollen. Wie man ein Haus für Pessach vom alten Sauerteig reinigt, damit sie als ungesäuerter Teig die neue Lebensweise annehmen können. Viere Schriften des Herbstes Im 2eurs Im 1 Im 3 Impossible Im 2 Im 1